Herzlich Willkommen zu Röbel Künstler haben uns über das liegt und hier ist er gewollt 4 ich also ich weiß schon wenn wir müssen warum kann ich das ist ein komischer der Text ja ich hatte ja letztes Mal gefragt ob ihr so ein Netz-Bauer wollt ich hab' keine Antwort aber ich hab' die Folge noch gern guckt also, ne, jetzt guckt wer die zu hoch wem not getting me into carrying a bunch of Christmas from Hehehe, ja, danke. Ähm, ähm, warte mal, ich hab's nicht zu machen. Oh, was ist denn hier wieder? Wo sind denn diese Wände, für die ich soll? Ich soll zu irgendeinem Lächeln kommen? Und weißt du, wo die sind? Ich werd jetzt einfach zu machen. Oh, ich hätte jetzt vielleicht nochmal zum Streicherpunkt gehen sollen. Ah, blablabla, blablabla. Da unten stehen die Miene zu sein. Äh, Speicher. Kann ich dann hier outladen? MP Restored. Jetzt kann ich weiter. Äh, da ist die Miene. Bitte, oder? Ist das der Friedhof? Moment mal. Ist das der Friedhof? Ja, da sind die Zweitepfeier. Das ist der Friedhof. Wir sind hier auch. Ich hör auf einen Roller, wo das ist. Oder ich bin hier mitgekommen. Ich bin hier mit Monten, ich bin hier mit Entschlüsse als Interessen. Da, noch mal das ist. Ja, das ist eine Runde, der den Doppel-Konferenz. Ich bin hier in der Runde. Das war's für den Kampf. Hier lies a true hero. The grave may not actually contain a true hero. Da ist nichts. Da ist nichts. Aber es ist echt der Sinn. Aha. Ich bin drauf, wie ich das am besten kann. Oh, er geht's raus. Dann ist mir egal. Na schön. Ich wollte doch mal was. Status. 2500, 2500, 2500, 2500. Wow. Ja. Der kommt auf Level 21, bevor die alle überhaupt auf 21 kommen. Doch. Das war mir gefallen. Jetzt wird's gut. Achso. Achso. Vielleicht mit dem Dring. Achso. Achso. Ich wollte das schon einmal wissen, was ich schlaue. Ich wollte das schon einmal sagen. Ich wollte mich nicht. Nein. Meistens gibt es noch mal. Die müssen das mal im Zwischen === Ich weiß nicht. Wahrscheinlich würden sie einen noch durchziehen. Oder auch nicht. Gewonnen! Na, für den, äh, also den will ich immer schon gebraucht. Ich hab vielleicht nie mit Ruhe gesehen, deswegen gehe ich hier auch. Hm... SMG. Ja, ich will ja eine Waffe führen. Mal gucken. Und the mountain? Ähm, weapon. Heats, also trifft zwei zufällige Gegner. Warte, ich finde, da ist der auf 20... Nein, die ist nicht so gut. Wurzeln. 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 Dann ist er auch ein Level Up für Eric drin. Ah, P hoch, Elm P hoch. Ach! Irgendein Angriff ist da mehr verteidigt. Miros mangel ist eigentlich nicht für die Verteidigung. Ich glaub, er hat genug Elm P. Ich glaub, bei Elm P. Ja, da muss ich... Eine mit 151 Schaden? Ja, dann lieber eine. Gönne und eine mit 151 Schaden. Wenn ich ja nämlich so ein Endos von mir hab, dann schlägt der 351 Schaden drauf. Das ist doch geil! Wo sind wir hier? Ja? Äh. Ups. Ja, genau. Danke, du hast mich dran erinnert nochmal zu speichern. Hehehe. Was kommt doch schon? Ist mir kein Wunder. Oh, hier ist ein Wunder. Ich erkenne mich jetzt, we went the wrong way. Danke, Spiel! Danke, dass du's so offensichtlich machst. Warte mal. Reaper? Achso, aber nicht der Blume. Ich bin nicht der Blume. Ich hab die Blume. Ich hab die Blume im Garten. Ich hab die Blume. Ich hab die Blume. Ich hab keine Blume. Oh, ich hab die Blume. Ja. Ich hab die Blume. Das ist wieder alles gut, mit den Melodie. Okay! Was? 25% Chance auf Tod! Really? Heißt das Instant Death? Ich glaub das sind immer Verbesserungen für Deathblow oder here Burry Alive. Dass die einfach schon hier ausgebaut werden. Ist das hier auch Unnett Mountain? Nein, Unnett Mountain 3 ist das schon. Aber ich finde das nett gemacht vom Spiel. If you read this, you went the wrong way. Hey, ich haue meine Enta-Taste ein bisschen geblutet. Stopp, Enta-Taste. Hehe. Okay. Entweder finde ich mich heute ziemlich gut. Keine Ahnung. Und dann schlägt es vielleicht noch ein bisschen los. Ich bin ja nicht... Ich bin ja auch nicht... Falsch. Geil. Warte mal. Falsch. Falsch im Kreis. Jo. Falsch im Kreis, oder? Nein, tut's nicht. oph Anna. Noch ein bisschen horizontal. Nachtschu pagar. Na kurz. Nie vorrás. Ja. Ja. Na kurz. Na klar... Punkt. Da haben wir gewonnen. Äh, ich sollte irgendwo die MP von Eric mal wieder aufladen. Der ist ja fast leer. Daher kurz geht's. Hm, ist das Metagross? Gigasquare. Fumletababa? Wofürgen? Bäh, ich muss das noch. Wauw-Wauw. Da ist dieses Metagross? Wauw-Wauw. Wauw-Wauw! Wauw! Wauw-Wauw-Wauw. Wauw-Wauw-Wauw. Wauw-Wauw! Wauw-Wauw. 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 Wauw-Wauw-Wauw. Ja, anstatt nicht zu kurz. Ich meine, ich denke so. Ah, ich denke da. Wir machen sie noch mal. Ich mach den Part noch zu genau und dann wollte ich aber auch wieder eine Aufnahme-Power machen. Äh, ich bin im Kreis. Darf es den Wohle greifen? Ähm, ja... Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!